So, hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video von der Zeit. Wir sind immer noch zu viert unterwegs. Wir wollen jetzt einen kleinen Base-Race-Raid-Ding machen. Rechen. Und er will da irgendwas mit dem Rechen machen. Was hat denn jetzt Rechen damit zu tun? Den Gegner wegrechen. Mit dem Rechen. Dann muss er. Wir fehlen Rechen benutzen. Okay, alles klar. Ja, wir rechen uns jetzt gleich wahrscheinlich irgendwo dran. Mal gucken. Das mache ich selber, kein Problem. Er rächt sich selber. Ich saufe mir noch einen und ich habe immer noch zwei. Zwei Sprudel. Das auch. Und noch zwei Schatz-Finde-Dinger dabei. Hast du den Funktionen, der ist dabei? Ich habe den Funktionen. Ja, habe ich. Ich tränke zwar. Aber manchmal ist das Hirn. Jetzt reicht es aber. Aber M100. Was ist denn das hier für eine Base hier? Was ist denn das hier für eine Base hier? Ja, das sind unsere Nachbarn. Keine Ahnung, wo die herkommen. Was ist denn M133? Schroffländer. Ich glaube, ich müsste die Schroffländer sein. Eine von den beiden. Nichtspa. Wer ist denn Nischpa? Wer ist denn Nischpa? Hey, Nischpa! Er hat sogar extra fast fast die Base angegeben von uns. Ja, da kommt jetzt ja keiner mehr rein. Jetzt brauchen wir noch Turret-Türme. Und ab geht's. Geil. Wir müssen an der Militärbase vorbei da oben, ne? Eigentlich müsste ich irgendwen von euch vorrennen lassen, weil ich kein Funkgerät habe. Ich höre nichts. Genauer Eis. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe meins auch weggeschmissen. Ja. Tom, du hast noch eins, oder? Was denn? Funkgerät? Ja. Gut. Ja, dann hätte ich die neben mir jetzt nämlich... Oh, da schießt was. Ja, ja, die sind bei mir. Gegner oder MP2s? MP2s. Alter, was schwankt die Waffe denn jetzt so? Habe ich getrunken? Ich weiß nicht, wo der zweite hingerannt ist. Den Waldhof. Achso, ja. Oh, da hat er geschossen. Ja. Ich sehe, ne? Ist tot. Gut. So. Muss auch auf AK oder sowas wechseln. Das dicke Gewehr ist zwar schön und gut mit dem 100 Schuss. Wir rechnen uns nachher an dem... Aber... Erstmal zu uns. Ja, wir sollen ihn erstmal abholen oder so. Was weiß ich. Er muss was mit seinen... Äh... Followern machen. Echt? Follower könnte man da lassen. Wäre richtig geil von den... den Leuten, die da so bei dem guten, äh... Nisch-Adag zugucken. Wäre voll geil. Follower-Typ. Lauf weiter. Nice. Wie würde Jay jetzt sagen, ich geb'n' Fick auf Follower? Danke für den Follower, IceCube. Ja, nice. Da kommt das Follower. Ja, wo bin ich denn? Da oben sitzen ein Bot. Auf der Ecke. Rechte Tor... Linke Turm. Ne, rechte Torm, Ecke. Sitzt ein Bot. Baller. Auf dem Bot. Ne, Ferni. Da... Fernholz. Bei uns sind Bots. Oh Gott, da war ne Birke im Weg. Einer tot. Ja, ich hab' leider die Birke. Oh, der hält aber was aus, Alter. Jetzt ist er weg. Die scheiß Birke, Mann. Ja, bei mir hat auch einmal ne Birke was... Oben ist ein Bot. Alter. Wir schießen aber auf irgendwen. Ja, auf mich. Der Sack da oben hält leider ziemlich viel aus auf dem Geländer. Ich kann nicht ruhig atmen. Jetzt, äh... Weg. Haben wir naja... Aber... Einer ist runtergerannt schon. Hier ist einer gelaufen? Naja, Tom ist weiter weg. Naja, aber die rennen zu ihm. Runter. Die kommen hinter ihm auf jeden Fall her. Und jetzt schießen sie auch von vorne. Da oben auf meiner, Tom schießt. Der ist tot. Oh, fuck. Die kommen jetzt. Oh, Gott, hier steht einer vor mir. Oh, Gott. Oh, fuck. Ich schießt auf mich, Julian. Ja. Ich muss mich kurz halten. Sekunde. Da kostet die 17 Leben wieder hochpushen. Muss mir was helfen, oder? Äh, sieht eigentlich ganz gut aus bisher. Glaub ich. Einer rennt da grad so an der Seite. Die Elite-Mission, ne? Ach, die Elite-Mission ist auch da. Schön, schön. Ja, 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 ich... Oh, ich bin 19 AP. ABN, der ist down. 19 AP, ich muss mir eine Spritze reinziehen. Ja, wir auch. Ja, das ist einige Gegner haben wir schon. Die runtergerannt sind. Ich hab wieder Leben da. Was ist gut? Lass uns ablaufen zum Base-Rate. Ja, ja. Wir müssen eh durch die andere kleine hier durch. Die werden jetzt. Ja, das ist der Bunker. Ich bin wieder an. Nee, nee, nicht der Bunker. Hier vor die. Vor der Bunker. Oh, auf was schießt er denn da? Er tötet. Die haben vorher schon geschossen. Das sind Gegner. Echte Spieler. Nö, die haben auf uns geschossen. Nein, der hat vorher auch geschossen. Der hat in die Base reingeballert. EO, hinter uns. Da ist er. Die West halten zwei aus. Vollschüsse. Guck, die schießen immer noch. Ja, also wir auf uns nicht. Nicht auf mich. Wir sind weg. Nee, auf mich auch nicht. Das heißt, wir sind noch. Echte. Wo zur Hölle haben die denn hier gebaut? Die haben doch nicht jetzt etwa da unten im Tal am See gebaut, oder doch? Oder sogar im See. Das wäre ja auch so ein Spot für mich. Den würde ich da auch hinsetzen. Auf einer Insel. Ja, genau. Das Beste wäre, wenn du das bauen kannst auf einer Insel. Der ist dumm. Du kannst am besten verteidigen. Ja, das sind immer Enten. Da wirst du ja irre. Ja, essen. Ja, und irre. In the brain. Ah, sieht wirklich nichts, ne? Was, dann siehst du schon was? Bei mir rennt da noch nichts rein. Ich auch nicht. Sind die hinter der Kuppe, die Säcke? Kein Ding. Das ist sogar noch besser. Dann können wir vom Berg oben runterknallen. Halt! Ah, da unten. Ach, so ein Ding ist das. Okay. Ist einfach nur ein 4x4. Also, 2x2. Vierer Block. Nicht den abschießen. Ich glaube, das ist der Tim. I'm trapped in the military base. Ich sag doch, da ist da einer drin. Aber der Typ spielt seit zwei Minuten dieses Spiel und steckt in der military base? Nein, nein, das ist der nicht. Das ist ein anderer. Ja, von vorhin, genau. Der hat auch geschrieben, dass er dieses Spiel erst seit ein paar Minuten spielt. Stimmt. Siehst du, hörst du irgendwas? Da vorne? Nee, ist gar nichts. Also, ist nur so ein kleiner Kasten. Soll ja, wird auch wahrscheinlich nichts drin sein, so wie sie gesagt haben. Ist mir egal. Aber wir können trotzdem jetzt mal boom machen, oder? Ja, ich hab den Laden in die Luft. Gucken wir doch mal. So, wie geht denn das jetzt her? Wir wenden. Jetzt? Mal kann man durch die Tür durchgucken. Oh, ne. Was muss ich denn dafür machen, Alter? Seid ihr gerade gelaufen? Das kann ich hier nicht platzieren. Bin ich ja mal early, weil ich kann die nicht in die Leiste ziehen. Darf ich nochmal testen? Ja, leider, sofort. Ach. Ach. Oh, da hat was gelegen, Alter. Ja, genau, jetzt hab ich's gesehen. Ja, man muss es nochmal klicken. Das hab ich nicht gecheckt. Okay. Oh. Ich würde es... Es hat gepiepst. Ja, geh weg. Geh doch weg da. Ich hab's in der Hand, Junge. Äh, scheppert sie ja. Sekunde. Hör auf, passen. Ach, nee, Tim, kommst du? Nee, Tim kommt nicht, ne? Nee. Nee, so, ganz perfekt. Tschüss. Jo, hat nix gemacht. Nix passiert. Gar nix passiert. Du hast unten die Wand weggesprengt. Du musst was an die Wand dran machen. Ah, ja, dann mach's mal an die... Wie? Das geht nicht. Ich kann nicht die Wand benutzen. Ich kann nur den Boden benutzen. Ich kann es unten ans Fundament jetzt kleben. Oh, das ist nicht gut, glaub ich. Das sprengt einfach nur das Fundament weg. Ja, genau, das wollen wir noch. Moin! Ah! Jo, da ist was drinne. Hi! Oh, Nägel! Nägel, Beste! Ganz viel Holz! Wie geht das so, also? Oh, ne Autobatterie. Oh, ganz wichtig. 10.000, ey. Hier ist ein Funkgerät drinne. Ja, ein Funkgerät. Juhu. Da ist nochmal ne Axt und nochmal andere Sachen. Jetzt nehmen wir alles mit hier. Boah, das Holz drinne. Einfach mal leerräumen hier. Das Holz drinne hat sich ja mit. Ja, so, easy. Kein Problem hier. Das Holz nehmen wir auch mit. Einfach mal reingerechnet. Egal, das Holz nehme ich auch mit. Schlepp ich jetzt mit, das Holz. So. Gut. Eine Kiste holz leer. Raid hat sich schon gelohnt. Das, das... Wie viele Nägel habe ich? Äh, warte, warte, warte. Sekunde. Alles stapeln. Ich habe 225 Nägel. Hat sich gelohnt. Das sind 2.000 Dollar oder so. Ah, die hat sich gelohnt. Ich habe auch noch... Nee, mehr. 600 plus... Ach stimmt, die konnten 610. 10 Nägel. Ja, stimmt. Entschuldigung. Hehe, richtig gut. Na ja, Autobatterie 10k, ne? Genau. Ja. Safe. War alles gut. War ein guter Rät. Wer will jetzt gerätet werden? So, ich würde sagen, Military Base, ne? Bisschen Action. Ich bin voll. Wo war denn? Das ist dir auch nicht klar. Egal. Ich weiß, ich brauche noch das Holz weg. Obwohl, hier können wir auch mal den Enten gucken. So, ich habe was scheiße gebaut hier. Wann, wann, wann. Ich hätte ja fast hier in meinen Wodka Wasser gekippt. Oh, hier fliegt mir weg. Ja, flieg. Ich habe keine Money. Hab sie noch. Easy, ja, hat sie noch. Gar kein Problem. Guck mal, da oben ist eine Crash-Site. Über uns. Und der Händler. Über unserer Base. Ja. Über unserer Base. Gar kein Ding. Die Leute... Der hat doch gerade was geschossen neben uns, oder? Ich habe vorhin geschossen. Ne, 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 ne. Eben, uns hat eine Automatik geschossen. Dann war das in der Military Base, wie gesagt. Im Bunker war das. Vielleicht so die Richtung. Und schießt es auch noch. Ja, gehen wir doch da mal gucken. Warte, Tom. Wollen wir anklopfen? Hier vor uns irgendwo. Überall schießt es. Ne, links. Links, rechts, beide Seiten schießt es. Das ist der Bunker. Das ist links von uns. Das ist der Bunker unten drin. Der ist schwierig. Obwohl, der ist einfach zu bekämpfen mit P90 und Kram. Dann... Einfach ein dickes Snipern rein. Dann löten wir das jetzt mal an der Base oben. Genau, wir löten jetzt mal hier gerade rein. Warte mal, ich bin gleich da. Ja, und dann, warte mal. Ich zünde ihn bald an. Warte mal. Warte mal. Ich zünde ihn an, siehst du? Da hast du es wieder, wieso? Da sind zwei auf der Straße, zwei Bots. Die sollten wir vielleicht erstmal ignorieren. Das sind drei. Meinst du, ignorieren? Die sehen uns aber, glaube ich. Dich haben sie nicht gesehen. Ich sneaker extra. Ich muss jetzt erstmal den Schiss nie auf die Spur kommen. Ja. Das wird dieser eine der Spieler sein. Wer da oben drin war. Links von uns, knallzart. Ja. Aber in den Bunker will ich nicht. Wer nicht zu dritt. Kann man zu viert machen. Achso. Aber er hat vorhin auch nur zu dritt gemacht, weißt du? Das wäre ja. Oh, er ist auf dem Turm, glaube ich, drauf. Oh, Tim kommt auch, ne? Kannst du Essen mitbringen, Tim? Nein. Okay. Ich fliege mir hier die Kugeln um den Ohren. Oh Gott. Ja, sag das doch mal an. Ja, ich bin da. Schön. Gut, dass ich so eine langsame Reaktion habe mit den Waffentauten. Es wäre ja schon wieder tot. Siehst du noch was? Hier liegt ne Leiche. Zwei Bots getötet. Ne tote. Ne tote Leiche, ja. Zwei Bots, okay, ja. Aber ansonsten, glaube ich... Oh, hier sind überall Kisten leere. Das heißt, der, der hier weggehandt ist, der hat dicken Loot. Der ist noch hier. Sonst hätten die Bots nicht geschossen. Die haben nicht auf uns geschossen. Jo, im Haus vorne. Ah, Einzelschuss. Fuck. Der ist unten im Haus. Ist tot. Ist tot, ist tot, ist tot. Ich hab 100 Schuss, den muss man durchziehen. Uh, das ist der, der mich... ...die ganze Zeit anschreibt. Ja. Oh, der hat dicke... Der hat 50er-Kaliber Holz erstmal wegmachen. Der hat dicken Sachen. Ja, der hat 50er-Muni drin. Echt so ein Wichser hier drin. Ich glaube, ich spinne. Alter, Pansen-Bärt. Weggesägt! Was? Wengesägt. Ja, der hat auch nur Müll dabei, ne? Zu dem Mann, der hat jetzt seine Kühle verletzt, weil er nur Müll mitbringt. Das ist ein Mann, der hat... Oh, diesen Panzer, einsteigen. Dachte, er hat was Vernünftiges dabei. Hat er doch. Was denn? Ein Feuerzeug. Äh, die Medikamente waren geil, die schon weg sind. Äh, tausend, tausend hat er ja mitgebracht. Die, die... Da sind doch auch Sackleinen, das ist doch auch so selten, oder? Ja, ich glaube, die sind auch selten, ja, ja, ja. Ja, ich lasse dich raus. Danke, dicker Mann. Was? Du hast du mich nicht genannt, oh, Alter? Dach, Alfa-Hesslern. Ja, bist du aber auch fett geworden. Ja, ja, die Wanne, ne? Die Wanne, ich sag's dir. Wohlstand. Ja, der Wohlstands war auch gern. Was? Bier? Trieb doch gar nicht. Im Wodka. Schneid mehr. Und schneller. Können wir jetzt endlich so einen Panzer hier mitnehmen? Kannst du abbauen, wenn du einen Schraubenschlüssel dabei hast. Falsches Spiel. Kriegst du zwei Blech raus. Geil. Ja, zwei Blech lohnt sich's. Feier ich schon mal. Panzer abzubauen. Ja, schön, dass er für uns hier aufgeräumt hat. Ja. So, ich möchte einsteigen, bitte. Aber es geht nicht. Lass mich rein. Äh. Machst du, Tim, schieß. Dann geht's ab im Bunker, wenn Tim da ist. Bin immer noch voll. Ja. Dann halt ab im Bunker jetzt, ne? Versteht das Gehirn, glaub ich, nicht. Das Gehirn ist eh schwierig bei ihm. Ist mir ein bisschen matschig. Eigentlich immer. Da ist ein bisschen andere da. Die Leute sind ja nicht noch auf dem Server. Elf Stück. Es ist fucking 23.15 Uhr. Geht ins Bett. Hier ist ne Grube. Kannst sogar hier Autoschrauben. Kannst du sagen, hat der schon wieder ne Frau zu Hause? Oder warum steht da irgendwo ne Ecke rum? Was ist denn da unten eigentlich los hier? Was schießen wir denn hier? Was ist denn hier los? Ich schieße mit Tim auf Bots. Helft Tim ein bisschen. Waren doch ein paar Bots. Äh. Easy, easy. Uh. Na, das war bei dir. Ja, wahrscheinlich. Das ging von mir aus der Schuss los hier oben. Hey, hey, hey. Das bin ich. Ach, da steht ein Bot vor mir. Das ist gar nicht Tim. So. Hinter mir war noch ein Bot. Ja, vor mir war auch noch einer. Aber so ein T1. Sag ich jetzt mal. Oh, du so. Ich war die Wall rüber. Du, so Fuder. Richtig. Ich bräuchte Fuder. Hab nix mehr. Dann schießt dir was. Dann schießt dir was. Wenn jetzt, wenn wir hier drin sind, ne. Ich stelle die Mission hier drin spawnt. Dann sind wir glaube ich am Arsch. Warum? Na, wenn die in uns drin spawnt. Und? Sie ist auf jeden Fall gerade nicht da. Ja, wurde sie wohl gemacht. Oh, das ist gerade ausgelaufen. Da kommt schon wieder Bots. Jetzt bin ich in Ruhe. Ich muss meinen Fernseher da wegbringen. Und meinen Dynamit. 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 Ja. Hast du Essen, Tim? Ich hab nur noch... ...zehn. Ich kann dir ne Ente dafür geben. Na, hast du doch Essen. Ja, das ist ne Ente. Ne ganze Ente. Ne, 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 ne. Na nun. Oh, danke. Du bist gut. Feinste von Feinste. Lecker. Nur das Beste. Muss man mal jetzt. Das gleiche wie jeden Abend. Das gleiche wie jeden Abend. Erstmal anfassen. So. Hä? War das falsch? Nö. Aber... Nö. Okay. Tom fängt an. Der ist gar nicht da. Noch besser. Ich wollte gerade sagen, der ist schon da. Ich wollte gerade sagen. Wie ich schon gesagt hab. Der hat bestimmt wieder ne alte Zuhause. Wie immer. Die ich ne kenne. Jeden Tag ne neue gefühlt. Wir hören ihm doch. Nein. Auf keinen Fall. Ich mein, der ist erst zwölf. Nimm ich ja doch nicht so jüngst in der Runde. Gibt's doch wohl gern. Ich wollte gerade sagen, ne? Nee, ich bin ja schon zwölf und halb. Ich bin schon groß und vier. La 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 la. Ich krieg die Krise. Ich brauch noch ein Bier. Aber Bier gibt's heute nicht mehr. Nur noch Wodka, ne? Genau. Die Pulle muss leer. 30-Liter-Pulle. Ne, im Stuhl ist das hier so ne 3-Liter-Pulle, ne? Ne, ne. Das ist die ganz stinknormale. 0,75. Größe. Variante. Wert. 0,75? Größe oder? Prozent? Ich will Wodka sehen mit 0,75 Prozent. Ich wollte gerade sagen, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Also, ich trinke mir einen hier mit 37,5. Ja, mit 0,75 dann brauchst du echt 30 Liter. Wird es doch Radlau oder sowas, ne? Ach, weniger. Das ist auf jeden Fall nicht schön. Juhu, wieder zu Hause. Geil. So, dann kommt hier. Lass rein. Zertieren ist ja hier echt ein Krampf. Das kommt hier auf jeden Fall rein. Guck mal, da können wir schon wieder, wenn ich jetzt nicht mein Dings wieder kaputt mache, mein Funkgerät könnte ich schon wieder ein neues C4 bauen. Ah, ich will mein Funkgerät behalten. Pack das doch weg. Ich brauche aber eins. Ja. Ja, geht's jetzt. Bauen. Also, pack deins jetzt weg und dann bau. Ja, kann ich ja nicht. Weil ich brauche ja ein Funkgerät. Dann nimm wieder ein neues. Ja, dann bau. Ja, ich muss ja eins bauen, aber ich kann ja keins bauen. Ja, musst du deinen Zweck legen und dann kannst du eins bauen. Ja, wie soll ich denn eins bauen, wenn ich keine Sachen habe zum Bauen? Ach so, dann musst du eins bauen. Ja, genau. Aber kann ich ja nicht bauen, weil ich ja nichts zum Bauen habe. Deswegen ist das Bauen so eine Sache. Ja, aber du musst ja auch erstmal deinen Zweck legen, damit du bauen kannst. Ja, ich weiß. Aber ich muss trotzdem einfach eins bauen. Ah, okay. Die Sache mit dem Bauen ist das, ne? Das Bauen ist das Bauen das Problem des Bauen. Ich werde abgeballert. Ja. Sehe ich. Weil wir müssen erst mal bauen. So, okay. Das war halt mit Schally, ne? Oh. Das nicht. Ich habe keinen Schally-Lärm vom Ei. Ich habe da nur eine neue Waffe. Lüge. Zeig mal. Wie? Geh mal auf deine Pistole. So, was geht das alles jetzt mal hier eigentlich? Ah, ich dachte, da ist keine Dings drauf, Schally. Das ist eine 570, die ist lang. Ja. Das ist eine 570, die ist lang. Okay. Wir haben ja eine Tür für Ohren zugeschlecht. Oder Ohren. Weißt du das nicht von der Nase? Nee. Guck mal auf die ganzen Leute her. Tür geht auf. Oh, moin. 30 Leute rein. Moin. E-bims. Eins Behinderter. Easy. Au. Yo. Wir wurden hier abgestochen. Das habe ich gemerkt. Das ist genau her. Wie viele Schaden hast du denn gekriegt? Das kann ich dir nicht mehr sagen. Okay. Soll ich nochmal? Nein. Soll ich nochmal? Oh, yo, Alter. Geh weg. Das waren... Lass mich rechnen. Naja, 48 bis 75. Kannst du selber rechnen. In den C-Geschoss. Ja. Hat mich abgestochen. Nehmen. Du hast kleine Füße. Kommt der denn jetzt auf einmal wieder her? Auf einmal kann er wieder reden. Vorher nicht. Ja, echt mal. Er beschäftigt. Ich wollte gerade sagen, hast du wieder wen, ne? Ja, ja, ja. Ich kenne ihn doch, ja. Ja, ja. Ich wusste es immer. Ich kenne ihn halt. Ich habe das noch nie verstanden. Er hat immer genau die... Ja, ist egal. Ist mir egal. So, ich bedanke mich also fürs Zusehen. Das war eine weitere Folge von der Zeit, bevor wir das jetzt hier vertiefen. Nech, nech. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.